Hallo, mein Name ist Susanne Singer. Man nennt mich auch Running Angel. Running Angel, weil ich als Engel verkleidet an vielen Laufveranstaltungen teilnehme. Vor ca. zwei Jahren begann ich mit meiner Tochter kleine Glücksbringer in Engelform zu basteln. Unterstützt durch viele Freunde konnten wir durch den Verkauf der Engel ca. 20.000 Euro karitativen Zwecken zuführen. Mehr erfahren könnt ihr unter meiner Internetseite www.running-angel.de